Im Mai feiert Karl-Heinz Becker sein 50-jähriges Jubiläum als Schäfer. Seit 35 Jahren ist der Wanderschäfer ohne feste Wiesen oder Stall der einzige im Gandakesea-Raum. Auch wenn es für ihn einige Schicksalsschläge im Laufe der Jahre gab, mit dem Wolf hat er bisher keine Probleme. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.